BIOS, der Exzellenzcluster der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, untersucht biologische Signalprozesse. Viele Erkrankungen werden durch defekte zelluläre Signalwege hervorgerufen. Die Forschung in diesem Bereich entwickelt sich rasant. BIOS verknüpft die starke Freiburger Signalforschung mit einer neuen Strategie, von der Analyse zur Synthese. Die analytischen Biowissenschaften zerlegen Systeme in einzelne Bestandteile und untersuchen deren Zusammenhänge. Im neuen Forschungsgebiet Synthetische Biologie geht es um das Zusammensetzen und Modellieren von bereits identifizierten Bausteinen. BIOS übersetzt die Erkenntnisse der einen in die Anwendungen der anderen Disziplinen und kann so neue Signalwege zusammenbauen. Im Labor von Professor Reth, dem Sprecher des Clusters, wird untersucht, wie biologische Signale in Immunzellen entstehen, wie sie verstärkt und prozessiert werden. Der renommierte Wissenschaftler erhielt unter anderem den Leibniz-Preis und ist für seine Entdeckung eines Leitmotivs bei der Signalentstehung in Immunzellen gerade erst mit dem hochdotierten Schering-Plau-Preis geehrt worden. Als Initiator von BIOS kennt er die besonderen Qualitäten des Clusters genau. Wir suchen einen spielerischen Umgang mit Signalprozessen. Hierbei bauen wir funktionelle Signalsysteme wieder zusammen oder entwickeln neuartige Signalmoleküle, die als Schalter oder Detektoren funktionieren. Die Junior-Professorin Dr. Le Codet forscht an Zebrafischen. Beim Zebrafisch gibt es einen Zellverband, der während seiner Entwicklung zum Wahrnehmungsorgan durch den gesamten Fisch wandert. Dr. Le Codet will wissen, welche Signalprozesse diese koordinierte Fortbewegung regulieren. Das Spannende dabei ist, diese koordinierte Fortbewegung spielt nicht nur während der Entwicklungsphase im Fisch-Embryo, sondern auch bei der Metastasenbildung sehr aggressiver Krebsarten im Menschen eine große Rolle. Den hier zugrunde liegenden molekularen Mechanismus zu verstehen, wird uns langfristig helfen, in den Prozess der Metastasierung einzugreifen. Virginie Le Codet genießt neben den fachlichen Vorzügen auch die BIOS-Unterstützung bei der Familiengründung. Ihr Wissen gibt sie weiter und begleitet als Mentorin, Studentinnen und Doktorandinnen bei der Karriereplanung. Der Mikrosystemtechniker Prof. Dr. Rohrbach entwickelt wichtige neue Werkzeuge und Methoden, um den unbekannten Abläufen in der Zelle auf die Spur zu kommen. Er erforscht optische Manipulations- und Analyseverfahren. Mit selbstentwickelten laserbasierten Mikroskopieverfahren kann er Strukturveränderungen in lebenden Zellen beobachten und erstmalig dreidimensional vermessen. Durch Lichtimpulse manipuliert er die Zellen. Dabei interessieren ihn deren Reaktionen auf bestimmte Signale. So werden Effekte von Arzneimitteln, Objekten oder Oberflächen auf das Zellsystem exakt bestimmbar. Wir untersuchen neuartige Mikroskopieverfahren, mit denen wir mehr Details in Raum und Zeit erkennen können, aber auch Methoden, wo wir aktiv mit Lichtkräften in biologische Geschehnisse eingreifen können. Und damit untersuchen wir die Nanomechanik der Zelle. Wir kooperieren mit Biologen, Chemikern, Mikrosystemtechnikern und Informatikern. Und genau diese Zusammenstellung macht den besonderen Reiz aus, das System Zelle, dieses hochkomplexe System zu verstehen. Die besondere interdisziplinäre Zusammenarbeit im Cluster bietet optimale Voraussetzungen für das neue Forschungsgebiet von Professor Weber. Die Universität Freiburg richtete für BIOS eine Professur in synthetischer Biologie ein, als erste Universität in Deutschland. In enger Verbindung mit den modernen analytischen Methoden setzt Professor Weber innovative Techniken der synthetischen Biologie ein. Das Verständnis von Proteinen als molekulare Werkzeuge bildet für ihn die Brücke zur Chemie, Medizin und den Ingenieurwissenschaften. Hierdurch können wir einerseits natürliche Signalwege in Zellen besser verstehen, andererseits können wir aber auch vollkommen neue Signalwege herstellen. Mit diesen komplett neuen Signalwegen können wir neue Wirkstoffe gegen antibiotikaresistente Bakterien entdecken, um somit Patienten zu helfen, die mit herkömmlichen Medikamenten nicht mehr behandelt werden können. Unser anderes Ziel ist es auch, die Lebensqualität von chronisch Kranken zu verbessern, indem wir neue Strategien entwickeln, um Medikamente effizienter zu verabreichen. Die Kreativität und starke Teamorientierung von BIOS spiegelt sich auch in den Aktivitäten der Studierenden wieder. 2007 startete die BIOS-Nachwuchsschmiede als erstes deutsches Team überhaupt beim iGym-Wettbewerb am Massachusetts Institute of Technology, dem MIT in Boston. Bei diesem weltweit größten Wettbewerb für synthetische Biologie holten die jungen Forscherinnen und Forscher dreimal in Folge Goldmedaillen. Die Atmosphäre hier im Labor Christian Müller ist eine sehr offene und sehr entspannte Atmosphäre. Das ist besonders für uns Studenten sehr toll, weil wir die Möglichkeit haben, uns selbstständig Projekte zu erarbeiten, wie das ist zum Beispiel in unserem iGym-Projekt dieses Jahr passiert, dass wir mit einer Gruppe von Studenten selbstbestimmt ein Projekt geplant und ausgeführt haben. Neuartige wissenschaftliche Strategien und eine dynamische Organisationsstruktur, kraftvolle Programme zur Frauen- und Nachwuchsförderung und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Fachkulturen machen BIOS zu einem lebendigen Forschungsverbund. Freiburg schuf mit BIOS ideale Bedingungen für Signalforschung auf höchstem internationalem Niveau.